Hallo, wir sind alle Möbelmacher am Schlappen. Hallo, grüß dich. Servus. Super. Sehr schick. Da, oder? Interpreist. Dann schicken wir dich in die Maske. Dieser ist heute nicht nur Pratikantin, sondern auch Model. Warum wundert ich das nicht? Dankeschön. Wow. Ui, cool. Wow. Und freundlich? Ein bisschen Zähne brauche ich? Ja. Ja. Jetzt nehmen kannst du das Anregel aus, als es hier Tageslicht ist. Nein. Nein, das ist besser als ich. Toll, klasse, danke. Das ist nichts drin. Und der ist garantiert, dass es da bleibt. Ja, nochmal, nochmal, Richtung Glas. Wow. Wichtig, bleiben wir es nicht. Leichter. Guck mal, ob man die saß. Einfach abstecken. Ja, ok. Die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit. ... ... ...